Ja, Junge, Alter, das ist Kaffee, echt jetzt. Und Kaffee ist nun mal lecker. Äh, schwarz, stark und vor allem schön lecker. Äh, echt jetzt. Jetzt echt schwarzer Kaffee, oder, Junge? Äh, der schmeckt richtig. Richtig lecker schmeckt der. Echt jetzt. Jetzt echt schwarzer Kaffee, oder, Junge? Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee, Scheiße. Schwarzer, schöner, heißer Kaffee. Äh, richtig dunkel, schwarzer, heißer Kaffee. Jetzt echt schwarzer Kaffee, oder, Junge? Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee, Scheiße. Äh, schwarzer, schöner, heißer Kaffee. Äh, richtig dunkel, schwarzer, heißer Kaffee. Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee, Scheiße. Äh, schwarzer Kaffee, Junge. Weißt du eigentlich, wie gut der schmeckt, Junge? Echt jetzt? Äh, und wenn ich Kaffee sag, oder? Äh, dann meine ich richtig dunkel, schwarzen, kochend heißen. Äh, echt leckeren, extrem schwarzen Kaffee, Junge. Äh, und wenn du meinen Kaffee, Kaffee anpackst, wo, Junge? Äh, dann dreh dich dir deine fiese Schnauze aus der Fresse. Mh, die fiese Fresse. Mh, aus der Schnauze. Mh, die fiese Schnauze. Mh, die fiese Schnauze. Vielen Dank.